Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Ja, er schaut schon durch. Let's Play Megaman. Willkommen. Oh, ich bin schon Tills. Was heißt der Einstieg heute? Jo. Zum Glück kommt Norman nicht noch mal. Nein, was ist da hier? Ich hatte die Dinger. Geht drauf. Ich hasse Norman mehr. Ich mag Norman. Ich bin nicht drunter gefallen. What the fuck is here up, ey? Alter! Die spammen hier ein Bildschirm voll. Ihr Spammer! Ihr verdammt Spammer! Alter, was sind das die Armada? Lord? Cutman? Cutman? Hä? Hä? Toll. 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 Ich bin auch noch nie geschafft, ey. Deswegen schaffe ich es so lose ich gerade auch so ab gegen den. Ey komm, ich lose es nicht gegen den da. Ja, Stubble kill. Ja, Stubble kill. Ich habe hätte Handicap. Ne, was besseres können wir auch nicht kacknen. Und dann... Ja. Nimm, punch, 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 punch. Pfff, schaust construir videos ne? Nein! Ich schaffe den Penner nicht mehr. Nimm doch Nimm. So. Und ganz wie Sachen überhaupt machen. Loarό Burn! sei etwa selbst wenn ich jetzt einfach noch mal töten muss dann fach hier spiel wir vor ein jahr sind die zu ende und dadurch doktor war genau so ist es klar war einfach wieder dauerschut das hat immer geklappt hier haben ich immer mit töten muss dieser oh fucker 30d those horns with it give it to me yeah oh danke safe state auch safe state und jetzt kommt der nächste boss wc darf ich über dieses spiel meckern ja sagt nein 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 schlecht war also so schlecht war der bisher noch nie jetzt kann das jetzt wieder drauf alle acht bosse von vorn ja ich muss alles von vorn machen lustige spiele ich muss ja nicht zocken deswegen bin ich froh alle bosse wie soll ich alle posten mit einmal durchschaffen mit einem leben 2 ich darf kann es verlieren das ist das problem spanner spanner noch mal dr wiley ja noch extra dazu es wirkt gar nicht so was das gegen den wirkt okay das kann ich dann benutzen mit werfen ja ich habe überlegt ist nicht glücklich ich löse es mit feuer ist ein problem mit feuer wie ein richtiger mann feuer ist ein mann oder eine maus feuer ich kenne jetzt von den endgegner wieso norm der so 20 meter groß ist ob er auf die rum das ist schrecklich doch ich kann sie nicht mehr schaffen wenn ich habe hier noch alles posten schaffen ja du stellst wieder rekord im schlecht sein auf naja selbst ich hätte nicht mal hier ja ist klar trifft mich feiern der hohen selbst so rein springen safe state und was safe state ist egal wie ich jetzt und hier schlecht spiel oder nicht selbst ist klar springen da einfach raus und töte mich springen einfach raus ich weiß es nicht nur der dämliche co-moderator von uns ja so was soll ich denn wissen cheat codes bitte ok warte ich suche kurz raus ok jetzt kommt der hermann hermann 9 ukulein es als soziales spiel ich traue mich da ist nicht runter zu springen wenn wir ganz von vorn anfangen muss sagte spiel ich fange ich von vorn anfangen spiel abschied ich lieber «Dein Hund süß» – was? – haa haa – und der Heck sagt «Loll» – «Hahaha » – «Loll» «er Leckmann cheatin for the win» So safe state nicht abschieben da hier kann ich nun springe 3 die logan eben daneben machine gun das sagt doch ein bisschen hakuna matata nein ich will meine lieben behalten meine lieben ich habe elect man ausgerüstet das ist der herrmann herrmann willst du mich jetzt veräppeln okay ich darf hier beginnen das ist ja schlappt mich einfach mittendrin ja ist klar spiel es kommt mich einfach mitten in dem gegner drin wie kämpfe ich jetzt gegen den normal was mache ich gegen mich selbst macht genau das was ich mache dann sucht ihr eine fähigkeit aus und ohne was macht der schießt auf mich der rettung durch die gegenden schießt auf mich okay okay das ist also ich wechsle schon ich möchte schon immer zu geben zu geben zu gehen ja da muss ich mich rein rennen da kann ich immer noch töten denn jetzt gibt es wieder einmal tief dann wieder dreimal hoch oder so ja in der schüttel tief oder retten mich rein selbst auch wieder noch zu schießen asia sie doch weg ich sterbe nämlich rein rennt der ist mir zu hart was von ihm weg erwerben zu nahen mir dran ist lose ich mache keine selbst jetzt mehr sonst lose ich jetzt nicht jetzt nicht mache ich mich versägt ja noch da ja doch mal so schlecht aus oder nein jetzt schaut wieder schlecht aus jetzt schaut sich das ja schlecht aus das ist wieder gut je weiter weg ist desto besser muss mir immer nur auf distanz halten und geht es braucht der fag über alle die schüttelte drüberspringen kann er gut jo dauerfeuer ja 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 ich will endlich zu weil ich glaube es kommt jetzt kommt er ganz sicher herrmann herrmann normen was ist allerdings geht weiter zu die eine norm ist klar ist klar ist klar nur schauen was mich erwartet